Was geht ab? Meine OZ-Finder! Willkommen zurück, Freunde. Dragon Ball Z Kakarot DLC 3. Ich bin Rally, ich bin heiß. Ich hoffe ihr auch. Ich hoffe ihr habt den ersten Part genossen. Ich hoffe ihr habt den ersten Part genossen. Ich hab's wiederholt, weil ich nicht... Ich hab mich selbst nicht gehört. Ich wusste was ich gesagt habe, deswegen hab ich mich... Geht's euch gut? Ich hoff's doch. Ich mein... Ich mein... Ihr habt ja immer ein Evo und ich nicht! Der gerne Gohan soll ab und zu mal nach Hause und vorbeischauen bei seiner Mama und bei Rindi. Ja, jetzt mal nach Hause gehen Gohan. Passt schon. Bulma macht sich auch Sorgen. Oh oh, jetzt muss ich zum Bulma, ey. Wenn ihr da rausfindet, dass ich am trainieren bin. Heimlich mit Gohan. Ich hab's nicht mehr gebeten. 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 Diese Last auf seinen Schultern. Warne ihm zu viel! Ahaha! Bally wisst schon. Oh mein Gott! Oh wie breit! Oh mein Gott! Ich war ja Future-Bron so hart, man! Ernst! Guck mal! Die haben Trunks nach Hause geschickt? Sagt mir jetzt nicht, er macht Solo-Plays Gohan. Doch, ich bin ganz sicher Gohan, ey. Weg mit dem Scheitel! Junge. Bin bereit, Gohan. Komm, lass uns batchen. Weg mit dem Cyborgs! Das geht nicht mehr. Keine Zeit für die mehr. Jetzt oder nie kommen, jawoll! Jetzt oder Niko? Einfach Chunks ist doch am Start. Ey, Gohan sah gerade so entschlossen aus. Ich dachte, er geht jetzt nur noch Boxi einfach. Ah, Mann, jetzt. Egal, für den Rest bin ich Gohan hier. Damn, schon gefreut, ey. Oh, du, du, du. Oh, jetzt. Sit up. Jetzt ist der Abwech. Ein Mensch, oder? Ich will nicht, die Stadt. Ich will nicht, Gohan. Los geht's. Nein, ich will nicht noch ein Super-Syriere, sondern ich will nicht mit ihnen zu kämpfen. Ich will nicht, wie du mit ihnen tränieren kannst. Ich will nicht, du. Die letzten Tage. Ja, Erholung. Alles schön gut. Ich mach trotzdem die Solo-Plays. Ja, da bin ich dabei. Nein, du stehst nur im Weg, mein Freund. Sag's, Gohan. Sag's. Sag's. Oh. Ah. Das so eine gute Idee war, Gohan. Let's go, Leute. Die Cyborgs wollen hier. Oh, da sind die schon. Guck mal. Okay. Schützt du Schluss, sie hat Schicht im Schaft. Sie sind schon mal so geil. Die ist immer so aggressiv, ey. Unglaublich. Ja, du bist doch schon hier. Natürlich musst du helfen. Was ist mit dem? Okay. Okay. Oh. Ja. Ich geh dir in den Super Saiyan. Wir gehen erst mal auf 18. Oh, Gohan spielt sich so geil, Leute. Oh mein Gott, spielt sich Future Gohan geil. Wisst ihr, dass ein Karot schade finde? Wisst ihr, dass Karot fehlt? PVE. PVE-Raid-Bosse. Beides sei sie jetzt zu viert oder sei es zu zweit mit einem Kollegen gegen Android 18 und 17. Natürlich eine stärkere Version. Es gibt auch Berserker, ne? Also, oh. Es gibt auch Berserker-Gegner, ey. Und wenn du einfach so richtig krasse Berserker-Gegner immer raushaust und man das mit den Kollegen dann zusammenspielen kann. Das fehlt meiner Meinung nach, Karot. Das fehlt Karot definitiv, ey. PVE würde dem Spiel richtig... Was ist denn los? Würde dem Spiel richtig gut tun. Oh, 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 oh. Chunks! Sag mal, guckt Chunks da nur rum oder macht der auch mal was? Oh, er hat schon ein gutes Leben verloren, ey. Jetzt habe ich beide. Let's go! Oh, wie cool das aussieht! Ja, ja. Achso, ja, ich weiß, wie es 17 ist. Bum, bum, einfach los. Bum, einfach los. Bum, einfach los. Pass schon. Hauptsache, wir haben eine. Let's go! Oh, Gorn haben die richtig gut gemacht, Leute. Und wieder weiter. Let's go! Oh, hinter dir? Oh, er hat mich! Oh, er hat mich! Chunks! Boah! Okay, ich weiß nicht, was genau die so drauf haben. Bisschen... Okay. Zack, Junge. Riecht gut. Direkt hinterher. Ich kriege gleich den Burst-Modus. Bum. Kommen wir weiter. Sehr geil. Ah, ha, 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 ha. Okay, tschüss, tschüss. Jetzt! Ja! Ah! Da bringt eine Barriere in auch nichts, mein Freund! Da kommt der Spam in mir! Ah, tschüss, tschüss, tschüss! Gorn, die ist schon tot, Mann! Geh auf die andere! Oh, mein Gott! Der Junge! Oh, mein Gott! Ah, krieg ich mich raus aus dem Monus. Pass auf! Backstap, backstap! Na! Trunks, mach was! Nice! Kamehameha! Ey, Jungs, das ist so geil, einfach nur. Boys and Girls. Guck mal jetzt. Let's go! Ah, Trunks! Okay, habe ich trotzdem. Let's go! Direkt hinterher, direkt hinterher! Deine Barriere bringt ja auch nichts hinterher, das Säge. Key, Bats, Kamera! Trunks! Okay, der hat noch keine Key. Hinterher! Oh, ich hoffe doch, okay. Oh, ja! Wow! Phenomen! Jetzt! Bopi, Bopi, Bopi! Nimm ihn aus dem Leben! Kamehameha! Einfach Haar vergessen, aber egal. Oh, Booooooom! Ja, ich feier Karot, ey, ohne Spaß. Geil, Mann. Geil. Oh! Oh! Cutscene! Jetzt bin ich drauf gespannt. Pass auf, ey, bitte, pass auf. Schoangst! Ich wusste es. Oh! Oh, warte. Ey, die Zahlen sind auch richtig cool. Oh, mein Gott, was für eine Spannung. Oh! Rage, oh mein Gott, ist sie so aggressiv? Guck mal, guck mal. Wir haben keine Lust mehr, sie gehen einfach jetzt. Ah, der Kampfkampf war richtig gut. Wie cool sie sitzen ist, unglaublich. Ah! Ah, mein Arm! Ah! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah! 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 Gorn hat es definitiv auch nicht leicht gemacht, als Kind direkt trainieren, um Gegner zu besiegen. Ah ja stimmt, Vegeta, ja logisch. Ey, Ironie des Schicksals euch das so, krass, krass. Oh, wie schön. Das stimmt. Stimmt, so geil einfach nur. Let's go. Ah, wir wissen beide leider gleich, wann und wie das um Super Saiyajin ist. Neh, mich gleich. Jetzt wird sie an uns auf jeden Fall. Oh no. Jetzt kommt eines der traurigsten Zähne. Nein. Dann lass mal nicht zum Verhängnis wird. Let's go. Boah, deswegen bleibst du dir, mein Freund. So geil, dieser Neckenklatscher einfach. Die Karte haben wir doch letztens gezogen. In Dragon Ball Super Card Game Opening. War richtig schön. Richtige Entscheidung, Gorn. Let's go. Jetzt, Freunde. Oh mein Gott. Hier ist krediert, guck mal. Oh, ich freu mich auf den Kampf. Schnauze, Junge. Oh mein Gott. Ich hab ihn einfach zur Seite gekickt. Ohne Wenn und Aber. Ohne Ankündigung. Ich sag doch, er ist so männlich einfach nur. Komm ran jetzt. Komm her, komm her. Komm, 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 komm. Ich hab noch nicht genug. Jetzt ist er nicht weg. Ich hab' den ganzen Kraft. Ich will nicht sterben. Wenn ich diese Stress stirbte, dann wird die direito, die mich zuerst gestandelt. Kennen sau. Was sind das für Lines. Und... Und... Oh mein Gott. Ich feier ihn so hart, man. Selbst wenn du bist mir immer so frech, Alter. Komm du nur ran. Komm ran, Junge. Da. Haha, Junge. Dich hole ich mir. Bam, Junge. Direkt weiter hinterher. Guck mal. Nicht aufhören. Und wieder. Bam. Zack. Zack. Wieder hinterher. Die ganze Zeit. Bis seine Defense durch ist. Gibt dir keine Luft zum Atmen, mein Freund. Keine Luft zum Atmen. Atmen. Und dann bin ich wieder. Na, was ist jetzt los? Keine Key? Hul ich mir kurz. Dann bist du nicht hier. In der Ecke. Guck mal. Ich hab ihn. Und er ist benommen. Bam. Junge, Junge. Ich bin einfach der King Kratz. Ja, jetzt hängst du also rum. Jetzt hängst du also rum. Junge, komm ran. Zart, Junge. Jetzt komm ich. Was? Leider keine Key, ey. Aber egal. Tipps haben wir gut genommen. Guck mal kurz. Boah. Guck mal kurz. Guck mal kurz. Tanneil! Komm an Verdammt, geh mal weg zu 18 BAM, wie cool wir als ausgeglichen sind, natürlich in der Halt, komm Verdammt, warte mal, ich weiß immer, ob ich Items habe, um mich hochzuhalten Da habe ich mich davon nicht erwischen lassen Nehmt die Maus, passend nämlich so, oder? Oh, ich brauche noch ein bisschen Zeit hier 17 habe ich gleich Oh, diese 18, ey Oh, der kann nicht mal mehr, der kann nicht mehr, der kann Oh, no, 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 no Kann auch nicht mehr gleich Boah, ey, wie die gerade ausrasten, unglaublich, was für ein Fight Oh, Gott, ich hätte besser Reiter zu entnehmen sollen Nein, 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 nein Please, wartet, ich habe das noch, ich will das schaffen, auf jeden Fall Was haben wir jetzt nie aus der Puste, ey Lass dich auch in Ruhe. Was mit dem? Ich bin nervig. Schau mal. Nein, nein, nein. Ich freut mich hin. Jetzt sind wir aus der Pusse. Ich hätte was essen sollen, man. Ich bin einfach reingestürmt hier. Aber... Nein, 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 nein. Nein! Ab einem gewissen Zeitpunkt rasten sie komplett aus. Ey. Nein. Jetzt habe ich den kleinen Penner. Jetzt habe ich den kleinen Penner. Mal kurz den hier. Warte jetzt. Okay, zachte, das lässt mich natürlich nicht hängen. Verpackt sich doch mal an! Ey, Junge, rast auf! T Black-Man. Wir sind los. Du hast noch nie gemacht, dann wird es einen Weg für mich. Mach freue mich schon mal an. Ich will das so schnell dich nicht, aber... Was ist das denn? Ich bin gerade noch einmal an! Und du? Ich bin gerade noch ein langes Rast auf den nothingensten. Ich bin gerade noch einiger Lens. Ich bin gerade noch einig. Ey, was? Boah. Was reizt ihr mit euch zu, ey? Das ist zu weit gegangen. Okay. Ey, das ist doch ein Witz gerade, oder? Was jetzt muss mit euch sein? Junge, 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 Junge. Ah, es war zu früh. Nein. Ey, Junge, die spielen mit mir Volleyball. Das gibt's doch nicht. Ach, das ist mir wieder zu übertrieben geworden, ey. Soll ich mal beruhigen, kurz. Boah. Das ist ein geiler Fight, aber. Ich halte mich immer zwischendurch. Sneaken. Oh, Mann. Jetzt ist ich hier in der Ecke. Oh, 18 ist auch schon wieder da. Aber... Digga... Sie hört einfach nicht auf. Aaaaaah! Aaaaaah! Nein! Einmal eine Barrier wieder! Lass mich raus! Aaaaaah! Alter, was ist das? Auf einmal eskalieren die komplett, ey! Unglaublich! Oh mein Gott! Du, dass sie auf Abstand war? Ey, kann ich mal Ruhe lassen, ey? Sag mal, was denkt ihr euch eigentlich? Ich muss hier weg. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alles ist kein Ding! Ey, ich verstehe gar nichts mehr. Ich verstehe echt nichts mehr. Seid ihr mal auch müde oder irgendwie sowas? Ja, endlich! Gibt ihr jetzt beide eine schöne Masenko ab, ey! Ich habe zu lange gebraucht, ich hasse mich. Ah, Mann! Einfach zu lange gebraucht, ey! Ich habe zu lange gebraucht, ey! Ah! Ah! Bawm! Und wieder ein T. Was jetzt hast du, ne? Oh mein Gott! Jetzt kommt der von hinten noch? Was ist bei Daker? Selber! Oh mein Gott! Let's go, ich hab's gleich. GC8 ist gleich down. Da bleibt jetzt dran. Ich hab die Gabarillen. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Nice. So, die Dame. Die Dame ist down, es scheint. Perfekt. Sehr nice. Okay. Halleluja. Jetzt ein bisschen durchatmen. Durchatmen? Dreams, Junge. Jetzt sitzen. Ich lasse dir keine Luft. Oh, jetzt machen wir richtig guten Charme. Oh mein Gott. Diese Schläge spüre sogar ich, ey. Das ist für die Zukunft. Ah. Ah. Oh mein Gott. 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 Ich kann nicht mehr. Oh, ich muss kämpfen. Oh, ich kann nicht mehr. Oh, Mann, wie traurig das ist. Ich kann auch keine Ki mehr aufladen. Keine Kraft mehr. Ah. Ich kann nicht mehr. Ah. 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 Es ist so traurig, manchmal schaden. Ich kann nicht mehr. Oh. Wie, ich habe noch Zeit, ey. Ey, das habt ihr nicht gesehen. Ah. Nein. Nein. Oh, nein. Oh, no! Nee, lass uns mehr weg. Niemals. Für die Zukunft. Ah, ich kann nicht mehr, Trunks. Es liegt an dir. Es liegt an dir, Trunks. Ah, Trunks. Enttäuscht mich nicht. Ah, ich kann nicht mehr, Trunks. 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 Ah, 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 ich kann nicht mehr, Trunks.